Um ein Video nicht von Beginn an, sondern erst ab einem bestimmten Zeitpunkt abzuspielen, gehen Sie so vor. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Effekt, wählen Sie Effektoptionen und legen Sie den gewünschten Startzeitpunkt fest. Tipp! Die Gesamtspielzeit finden Sie im Register Filmeinstellungen. Tipp! Die Gesamtspielzeit finden Sie im Register.